Da sagte die katholische Kirche, die Juden können für sich selbst sorgen. Und die protestantische Kirche sagte das Gleiche. Keiner hatte den Mut, außer eine Handvoll Leute. Gottes fürchtige Leute. Manche von ihnen habe ich getroffen nach dem Krieg. Aber diese Tragödie von einem Volk, ein Volk, wo keiner bereit war, einen festen Standpunkt einzunehmen, auch der Kanzler, der ging, wusste, was passieren würde. Aber die Wahrheit hat man geopfert. Werden wir heute das Gleiche tun? Werden wir uns fürchten, für die Wahrheit einzutreten? Werden wir die Wahrheit verleugnen? Mag Gott sich über uns erbarmen? Wir wollen beten. Wir wollen Gott sagen. Oh Gott, ich möchte mich zu Jesus halten. Warst du nicht mit im Garten bei ihm? Ja, ich war, ich war da. Er ist mein kostbarer Herr. Ich kann ihn unmöglich verleugnen. Ihr könnt mir das Leben nehmen, aber ich werde ihn nicht verleugnen. Oh mein Vater, vergib uns. Wir sind zu solchen Schwächlingen geworden. Vergib uns, dass wir die Wahrheit verstecken. Oh, bitte vergib uns, Herr Jesus. Du bist in diese Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und wie Pilatus sagen, auch wir, was ist schon die Wahrheit? Wir scheinen das für einen Witz zu halten. Was ist die Wahrheit? Vergib uns. Lass deine Wahrheit uns reinigen. So wie du gebetet hast, heilige sie durch deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Oh mein Vater, erbarm dich über Europa und die Völker dieser Welt. Wir brauchen diese reinigende Wahrheit. Keine Wahrheit in den Büchern. Keine Wahrheit bei den Banken. Keine Wahrheit bei den höchsten Stellen des Landes. Oh mein Vater, die Wahrheit ist auf der Gosse zu Fall gekommen. Erbarme dich über uns. Vergib uns. Hilf uns, dass wir uns zu Jesus halten. dass wir uns zu ihm stellen und das Volk zurückbringen zu Gott. Wir bitten das in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Amen.